Ich glaube, ich lasse die Welt kurz hinter mir. Das bringt nichts, immer dem nachzuhören, wo ich nicht bin oder wo ich noch nicht kann, sondern ich muss schauen, was sind die Sachen, die ich kann, wie kann ich die ausbauen. Ja, irgendwie so Frieden schliessen, einfach mit meinen Begrenzungen auch. Und dann wieder anzuschauen, wo ist. Und mit dem arbeiten. Und nicht immer etwas zuerst finden, was man gar nicht hat, damit man dann mit dem arbeiten kann. Also im Portrait Slam, also in meinen Texten, zeige ich viel mehr meine humorvolle Seiten. Und sie sind zum Teil auch so ein bisschen sarkastisch und eher so ein bisschen unterhaltend. Und meine Musik ist sehr melancholisch. Und ich habe gemerkt, es ist eigentlich noch cool, wenn ich das wie in einem Abend auch ein bisschen ausgleichen kann. Ja, irgendwie so.